hallo ladies and gents wir sind wieder mal online ja wir verpacken heute noch die bestellten ja wir sind hier beim christoph den kennt er ja schon über seinen kitex bau da macht er auch unsere logistik ich zeige euch jetzt gleich noch mal was heute gekommen ist es geht morgen alles raus teilweise haben heute schon was verschickt also die magna sind gekommen dann ja wir zeigen euch mal schnell original die radios die sind aufgekommen zeige ich euch gleich und ja weihnachten wird alles bei euch sein also besonders die in deutschland amerika und europäisches ausland wird schwierig aber wir geben unser bestes christoph lacht schon leider sind die magna erst heute gekommen und die die radios gestern und heute also wir machen alles dass ihr die bekommt ich zeige euch jetzt gleich noch mal die ganzen magna und auch den unterschied zwischen slip joints und dem kran vor se vom guti vom poppel den magna will ich euch noch ganz kurz erklären das war eigentlich jetzt mal nur die einstimmung ich komme aber gleich wieder zurück bis gleich so wir improvisieren jetzt einfach mal so das sind jetzt die radios die gestern gekommen sind damals zwei varianten die es nur bei uns gibt kommt in einer schönen schachtel das ist das radius satiniert also nicht mit schwarzer klinge wir haben das auch noch mit schwarzer klinge und schwarzem clip clip ist abnehmbar hat ein junger italiener designt fox hat es gebaut ich habe den italiener haben wir den kennen gelernt in atlanta auf der blade show und da haben gesagt hätte es gefällt uns so gut ihr seht hier ist das logo von fox hier ist das logo von unserem designer und da ist dann die nummer drauf dieses teil geht nach amerika jetzt mit der nummer 55 das besondere an dem ganzen teil ist ja drückt den knopf und dann könnt ihr das auf und zu machen auf und zu machen das messer hat eine klinge von 7,5 zentimeter ist 19 zentimeter groß also ein ideales edc ist nicht zu groß sehr leicht das carbon gibt es nur bei uns also zweimal 50 stück das ist von fett carbon aus litauen das nennt sich marble lava carbon also das ist sehr schön jedes ist natürlich anders also jedes ist ein einzelstück von der maserung her zeige ich euch noch schnell was da drin ihr bekommt so schöne schachtel in der schachtel habt ihr dann in der schachtel habt ihr dann noch eine lederscheide wo ihr das auch noch reinstecken könnt oder am gürtel tragen könnt und hier drin findet ihr da noch mal ein schönes tuch von fox mit mit der gebrauchsanleitung oder hinweis von fox will gar nicht lang rumlabern wir sind hier ein bisschen im stress wir müssen heute noch verpacken dass ihr das ja alles noch zu weihnachten bekommt so sieht es also aus was wir noch haben das ist die schwarze version ist etwas teurer wo das gar kein schwarzes drin moment so wir waren nur kurz unterbrochen weil ich ein falsches messer hatte also so kommen dann die beschichteten schwarz beschichteten mit pvd das sind die etwas teureren ihr seht wieder das schöne marble carbon hier ist eben der clip schwarz beschichtet wir haben hier den backspacer in titan schwarz beschichtet und die klinge ist schwarz beschichtet das ist jetzt die nummer 50 von 50 hat dieselbe funktion also immer schön auf den knopf drücken und dann auf und zu kann man schön spielen wie gesagt klinge ist 7,5 ist ein recht kleines edc oder klein für mich klein obwohl ich immer noch das komplett in die hand nehmen kann und wenn es euch gefällt dann schaut euch im shop mal an also bis gleich ja